Jo Leute, willkommen zurück zu Prey 2017 und... Ach ja, ich vergaß. Äh, wir wollten ja zurückgehen, aber... Warum eigentlich? Ach ja, wegen diesem Monster dort hinten und weil wir... Haben wir Munition? Ha... Ne. Nö. Kann wir da durch? Ähm... Ach ja, im letzten Part hat jemand uns gesagt, Äh, wir sollen so lange die in Ruhe lassen, so lange sind wir noch nicht bereit. Do not enter. Okay. Hallo? Hallo? Da ist niemand. Natürlich nicht, nur ein paar Monster. Können wir eigentlich das hacken? Verdammt, Level 2. Mann, oh Mann. Moment, Neuromods. Wir sparen uns diesmal auf... Moment. Auf die Material-Experte. Oder... Moment. Oder ne, den Schusswaffen. Oh, wir haben was Neues bei Daten. Ähm, bei Forschung. Okay. Albtraum. Oder was? Ach so, Phantom. Ähm, nice. Glow. Ähm, nice. Cool, plane im Moment. Habe ich hier überhaupt alles? Ich möchte mal das jetzt herstellen. Kann ich das jetzt herstellen? Verdammt. Warum nicht? Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. So, dringend. Ist da eigentlich hier oben was? Ne, ich schätze mal nicht. Wenn doch, äh, dann ist es egal. Gut. Jo, ich bin sicher, durchzugehen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal die Story weiterzumachen. Wenn wir nicht wieder mal einen anderen Weg haben. Obwohl... Ne, ne, äh, machen wir lieber mit der... Wir haben... Wir waren ja am Fahrstuhl. Wir können ja die Lobby mal kurz mal untersuchen. Weil... Naja, ich möchte die Lobby voll und ganz... ...untersuchen. Und da gibt's auch schon einen Recycler. Und ja. Machen wir das mal. Und ich möchte eine Schrotflinte haben. Gut. Ja, jetzt müssen wir noch X drücken. Moment, hat... Ja, tut mir leid. Ich hab kurz auf mein Handy geguckt wegen... Jemand hat mir kurz mal eine Nachricht geschrieben. Und... Ja, ich wollte eigentlich vorlesen, aber gut. Na gut. X bitte. X. Hm. Irgendwie funktioniert das heute nicht. Moment. Hallöchen. Ist da jemand? Bitte ist niemand hier. Und bitte kein Phantom. Alles aber nur das nicht. Okay, doch nicht alles. Ich will den Albtraum nicht sehen. Eigentlich will ich ja niemanden hier sehen. Ähm. Mal zur Sicherheit. Kleidern wir mal hier hoch und... Ja. Moment. Jackpot. Und fall runter. Mhm. Dann gehen wir mal auf die sichere Tour. Aha. Okay. Hallo. Da geht's zur Story weiter. Moment. Karte. Uh. Oh. Operator. Sicherheitsstation. Operator. Oh ne. Hier sind wir wieder. Ähm. Moment. Ich muss zur Lobby. Und was wenn ich da hingehe. Ähm. Hoch mit uns. Ich will mal zum Fahrstuhl gehen. Schnell aber. Obwohl es geht gerade runter. Ich frag mich wohin. Ich frag mich wohin. Und ich möchte nicht... Irgendwo... Hängen. Moment mal. Wo bin ich hier gelandet? Oh. Hier war ich noch gar nicht. Da war ich noch gar nicht. Ah. Ah. Viel besser. Nehmen. Verdammt. Ich hab hier ist keiner. Ah. Puh. Oh. Können wir hier durch? Oh. Können wir hier durch? Oh. Gruselige Musik. Gruselig. Gut. Hallo. Ich will nicht brennen. Ich bin alleine hier. Hier ist niemand. Ich glaub hier war ich schon mal. Obwohl. Ne. Ich glaub das war hier mein Zwillingsbruder Frank. Hallo. Gut. Ah. Your thoughts. Alles klar. Ne. 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 Moment. So. Du. Stirbst. Jetzt. Ne. 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 Habe ich noch Alkohol? Ne. Nein. Verdammt. Ausgerechnet jetzt. nisproktion gefunden. Und, äh, zur Sicherheit mal Medipack. Komm. Weißt du, was ich gleich einsetze? Gegen dich? Komm her. Ich wollte eigentlich... Schnell weg. Ah, puh. Wo? Oh, ich dachte schon, das wäre... Hier wird schon was. Dieser... Nein. Elektro... Warum muss es jetzt in Elektro... Roboter sein? Ja, ja, dann backen wir uns mal hier rum. Oh, toll. Ja, ja, du siehst uns nicht. Kann ich... Die Frage ist eigentlich, kann ich da runter... ...eine Recycler-Ladung schmeißen? Oder auch nicht. Warte, was? Lass mich hier holen. Warte. Ich bin nach hinten gegangen. Toll. Nice. Nett. Schön. Ist es nicht nice? Ich weiß, ich drehe durch. Aber es gehört ja im Spiel. Hm. Auch im Let's Play. Hm. Aber na gut. Hey, habt ihr mich hier schon? Nö, haben wir nicht. Toll. Momentchen. Mein Freundchen. Ähm... Wo war ich denn schon? Ach so, ja. Ich muss ja erst mal runter. Ähm. So. Schnell. Und wieder runter. Eigentlich könnte ich ja auch runterspringen. Aber dann gut. Gut. Okay, ich würde sagen, erst mal Munition machen. Äh. Ja. Toll. Start. Verdammt. Ich kann mir nichts machen. Nicht mal Medipack. Nichts kann ich mehr machen. Verdammt. Okay, außer Anti-Rates. Aber das ist unnötig. Du siehst mich nicht. Irgendwo ist hier noch einer. Du. Siehst mich nicht. Überhaupt nicht. Ich bin hinter dir. Eigentlich hat es mich im Blick, glaube ich. Perfekt. Stirb. Oh. Nein. Oh. Da oben. Ihr wisst jetzt, was ich machen werde. Nein. Verlust. So. So, er ist tot. Muhahaha. Bin ich nicht nett? Ja, ich bin nett. Meistens zu meinen Gegnern. Ich umarme sie mit Waffen. Immer doch. Äh. Verwenden wir das mal. Ich sag dir, verwenden. Gut. Immer rechts lang. In die rechte Seite. Oh, die Satzteile. Oh. Will ich dorthin? Komm. Herr Kraftwerk. Da werde ich bestimmt überall verstrahlt. Dann gehe ich lieber links rum. Oh ja. Ja. Das sehe ich schon. Ein Glück. Dankeschön, Spiel. Bitteschön. Wer war das? Ich weiß nicht. Komm, ich denke, wie hoch. Moment. Ich gehe den Rohren entlang. Hoch. Ich sagte. Nochmal. Ähm. Ich möchte hoch. Okay, dann machen wir es halt so. Gehen wir so hoch. Hoffentlich ist auch was Gutes dort. Hoffentlich. Sonst muss ich wieder... ...wieder heulen. Und das will ja niemand. Äh. Nein, ich will nicht runterfallen. Warte. Komm, ich denke, überhaupt hoch. Ja. Ich komme da hoch. Nice. Okay. Das wäre lustig, wenn ich erst später dorthin kommen würde. Und das ich jetzt schon schaffe. Oh. Rein wir dort hin mal. Vielleicht will ich hier was. Hallo? Ha. Lieber Duncan. Wow. Ich bin fast runtergefallen. Hm. Schnell rüber. Oh. Puh. Okay. Parkour-Künste. Puh. Okay. Oh. Ah. Nein. Alter. Wie knapp war das denn? Komm ich nicht mal... Ich komme nicht mal hoch. Dammit, you. Ah. Alter, das... Nein. Ähm. Okay. Hallo? Wann? Mann, oh Mann. Ich bin fast runtergefallen. Kann ich auch... Nein. Jetzt bin ich komplett runtergefallen. Wow. Ich bin fast runtergefallen. Mami, ich habe mich verbrannt. Okay. Das war jetzt... Blöd. Dann gehen wir so hoch. So hoch. Nein. Wie bin ich... Wie bin ich da gerade hochgekommen? Bin ich jetzt wirklich so dumm? Hey, Moment mal. Ich könnte da hochklettern. Ha. Haha. Okay. Und? Ist es dein Ernst spielen? Dein Ernst? Oh, warte. Moment. Haha. Ging doch einfach, als ich dachte. Dann... Kann ich da hoch? Los. Nein. Bisschen Rennen kann ja nicht schaden. Okay. Vielleicht da. Mhm. Und auch noch brennen. Warum nicht spielen? Warum nicht? Okay. Wie bin ich da gerade hochgekommen? Oh, Mann. Hallo? Haha. Jetzt habe ich es doch geschafft. Okay. Jetzt den ganzen Weg wieder nach oben. Das war... Ne. Das war hier. Genau. So. Ich habe aber echt lustig, dass da oben irgendwas ist. Nein. Bitte nicht runterfallen. Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Okay. Dann ziehe ich dich da runter. So. Ähm. Wir lassen dich. Komm. Hier. Gut. Oh. Max Weigel. Ach. Essen wir mal. Trinken und... Luftgemisch. Okay. Und was ist das denn? Ne Rohrzange. Ich wette hundertprozentig, dass es ne Rohrzange... So. Nein. Na egal. Es wäre eh ne Rohrzange. Warte. Welches? Ich dachte schon, ich bin... WTF? Spiel. Ich will mich nicht rumglitschen, ne? Oh, toll. Jetzt habe ich mich wieder verbrannt. Ähm. Ach ja. Ich wollte da irgendwie hochkommen. Ich sitze hier schon seit, keine Ahnung, 10 Minuten. Für das hier. Peinlich. Okay. Das ist irgendwie langweilig, glaube ich, für euch, oder? Naja. Okay. Ganz langsam und ganz behutsam. Moment. Da ist ne Schleuse. Wozu eigentlich krieg ich jetzt ne Schleuse her? Ist da vielleicht ne Treppe? Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir zum Kraftwerk und lassen uns verstrahlen. Jo. Warum nicht? Okay. Die Kraftwerk versuchte Talos 1 sauber und zuverlässig mit Fusionsenergie. Die ersten Modelle des Superforge Reaktors hatten noch Stabilitäts- und Leistungsprobleme, die jedoch durch gewissenhafte Wartung gelöst werden konnten. Die Notstromversorgung erfolgt über externe Solarmodule. Nice. Hört sich. Verstrahlenmäßig an. Keine Ahnung. Ähm, ja. So. Spielen. Ah, du bist wenigstens schneller als Final Fantasy. Hallöchen. Hallöchen. Spielchen. Okay, das kann gerade ein bisschen... Naja. Ich möchte nichts sagen. Oh. Neste. Verdammt. Moment. Oh. Mein Lieblingsmusik hat angefangen. Wow. Warte. Alter, das sieht nice aus. Bin ich hier zum Kunstgalerie gekommen? Wo das ein Kraftwerk ist? Alter, ich mag das Musik. Ich mag die Musik voll. Woher wusste ich, dass ich hier verschreit werde? Ich sag nur eins. Recyclerladung. Ich will jetzt genau dort reintreffen. Alter. Wenn das funktioniert, dann ich lache. Ha. Naja, nicht so, wie ich gedacht habe, aber... Wenigstens etwas, ne? Uh. Uh. Ähm. Wieder so, wie ich es gerade war. Hallo? Oh, ein Becher. Kaputt. Wow. Warte. Das sehen aus wie Kinder. Da will ich nicht hin. Oh. Haha. Guter Kopf. Erfolgreicher Kopf. Okay. Das kann ich selber lesen, ne? Okay. Weiter geht's. Oh. Mit naradischer... Shake your dance with me. Alter. Alter. Was ist mit dem los? Okay, jetzt hört er auf. Komm. Zeig mir deinen Booty. Komm her. Ja. Steh drauf. Okay. Hallo. Oh. Oh, komm. Kaputt. Ja, das kann ich nicht aufnehmen, ne? Oh mein Gott. Das kann ich selber lesen. Moment. Erster Abschnitt. Trevor. Okay. Okay. Okay, jetzt zum zweiten Abschnitt. Okay. Weiter geht's. Ah, ich brauch ein Passwort und... Warum tat's nicht für mich? Schade. Ähm. Ich hab' ein gutes Gefühl bei diesen Dingen. Und bei dir auch. Ah ja. Bestimmt wegen das hier. Oder so ähnlich. Trinken. Uh. Trinken. Das mach' ich wegen Psi. Moment. Jetzt haben wir 35 Psi. Muhaha. Operatoranforder. Technik. Ah ja. Per Antrage mal. Okay, ist ja nichts. Puh. Einster Kobold 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Was für eine... Sag mal, warum... Was für eine Öffnung. Ihre Anzugsintegrität wurde beschehen. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. Dankeschön. Wenigsten... Ähm. Ja. Ich wollte sagen, wenigstens lässt mich nicht ein Formular ausschreiben. Genau wie die Medizin. Sohle. Was ist mit dir übersch... Was? Moment. Karte. Wow. Und... Warum bin ich hier? Kann man hier jetzt sagen, warum ich hier bin? Also, ja. Oh, vielleicht muss ich hier einen Knopf drücken. Ähm... Nee. Ich ruf mal jemanden an. Nee, ich kann das nicht. Oh. Oder ich muss... Ich muss hier was finden. Hm. Vielleicht weißt du es Bescheid. Oh. Okay. Habe ich nicht gesehen. Ähm. So. Jetzt haben wir es geregelt. Okay. Ähm. Wo ist jetzt dieser Code? Passwort. Wo ist dieser... Schön für dich. Dann reparieren wir diesen Bildschirm. Das weiß ich nicht. Das war... Das war... Ähm. Wie haben wir ihn genannt? Trevor? Äh. Keine Ahnung. Ah. Habe ich hier irgendwas? Nee. Oh. Vielleicht müssen wir raus und dort rein dann. Oder? Wir müssen da hoch. Naja. Ein bisschen Umstand ist wohl besser. Warte. Was? Ich komme da nicht hoch? Dann nehmen wir den Stuhl. Stirb. Nee. Wir nehmen den Tisch. Komm her. Und hoch mit dir. Nein. Ich habe dich nicht mal gerufen. Nein. Du kommst jetzt mit. Äh. Endgültig. Oh. Das ist eine Lampe. Ups. Äh. Dann. Nee. Ich weiß nicht. Ist das ein Tisch oder ein Lampe? Ich weiß nicht. Okay. Wir. Lassen. Ich komme da nicht hoch. Wir nehmen den Stuhl. Oder? Nee. Oh. Das können wir... Das können wir auch nehmen. Warte. 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 Was für eine Überwachung. Hä? Ich kapiere jetzt nicht, was sie von mir wollen. Aber okay. Auch mit uns. Äh. Oh. Das war... Das war Skill. Das war purer Skill. So. Nein. 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 Meiß mir. Nein. So. Ganz vorsichtig. Okay. Können wir jetzt auch? Ja, Mann. Ich habe das Spiel geglitscht. Nee. Ich habe das Spiel geglitscht. Also. Gebackt oder so. Dass ich früher spielen kann. Äh. Ich dachte schon, ne? Wenn ich nicht weiterkommen würde, wäre es so eine Verarsche gewesen. Ich komme. Ah. Okay. Huh. Will ich da? Will ich dorthin? Ich bleibe lieber hier oben erst mal. Man weiß ja nie. Man weiß jetzt wirklich nie. Wenn was passieren würde. Telepath. Ja. Poltergeist, ich hör's. Eigentlich habe ich noch, äh, zwei Recycler, Granaten, Ladung, was auch immer. Nein, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Ne, ich hab's nicht gesehen. Nein. Nein. Äh, kannst nicht weiter verstecken. Wo bist du? Lass mich in Ruhe. Du bist sowieso schwach. Bis nicht der... Ist doch ähnlich wie der Headcrap von, äh, Half-Life. Eigentlich. Schmink doch auch genauso eigentlich. Ach man. Verwenden. Verwenden. Trinken. Ich hab's getrinken. Ich hab's mir betrunken. Haha. Äh, Moment. Einmal weggucken und schon geht das wieder. Wozu brauch ich das? Oh. Reparatur... Drei? Moment. Erdungswiderstand. Was zur Hölle? Ich glaub, hier durfte ich noch nicht hin. Hab ich so ein Gefühl. Sie haben mich gesucht. Tut mir leid, so ein Gefühl. Oh. Ich hab ein Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich hab keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drinnen ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Was? Ich bin total ekelhaft. Ich bin total ekelhaft. Ich bin total ekelhaft. Mist, Len. Das steht nicht in den Bericht, oder? Ich brauch ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Ähm, okay. Was machst du da? Hallo? Okay. Nö, können wir uns nicht mal... Ja, lufterfrischer, weil ich da war. Wow, danke schön. Danke schön. Wenn ihr mein Gesicht jetzt sehen wollt. Also, ihr wisst nicht, wie ich jetzt gerade... Oh, mein Gott. Das war... Das war bärmlich. Das war... Einfach nur bärmlich. Sag mir nichts. Nein! Verdammt, jetzt muss ich das wieder machen. Ah, Mann. Dann machen wir das in den Sweet Run. Los! Ah, toll. Los, Pikachu! Äh. Wohl eher relaxo. Gut, nochmal. Eins. Zwei. Drei. Wow. Ah. Relaxo. Gut, noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Nicht auf mein Gesicht. Mensch. So, nochmal. So, nochmal. So, ganz aufrichtig. Ich habe dich nicht mal gerufen, aber gut. Ja, eigentlich... Du schweb... Okay. Du schwebst ja, aber warum kannst du mir nicht eigentlich helfen und das da nach oben befördern? Nein? Okay, nochmal. Mann! Okay, nochmal. Letztes Mal. Okay, nicht letztes Mal, aber... Komm schon. Ich nehme gleich die Bank. Okay, ich ziehe mal auf den Schacht. Ja. Moment. Oder ein bisschen höher. So. Ey, Mann! Blöde Kante. Noch einmal. Ey, Mann! Ja, denkst du auch bestimmt, ne? Hast du auch gerade gesagt, oh Mann, oder? In Robotersprache. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, morgen. Oder Roboter oder was auch immer. Komm! Ey! Ich hatte es doch. Ich hab's. Jetzt dauert es aber sehr lange. Okay, los! Mann! Ich glaube, ich brauche Hebelkraft ein bisschen mehr. Obwohl, dann würde es genau dorthin fliegen. Ach, komm! Obwohl, warte mal. Gibt es zwei von denen? Nee. Obwohl, Moment mal. Ich bin wirklich so dumm. Ich kann den Stuhl benutzen. Ja, ja. Genau. Dankeschön. Was war das denn gerade? Also, so. Nehmen wir das. Gehen da hoch. Moment. Hoch. Das hört mir nicht. Ah, ich bin auf den Stuhl. Und dort ganz leicht. Habe ich dich überhaupt gerufen? Okay, nochmal. Letztes Mal. Okay, noch einmal. Und dann war es das. Komm, jetzt schaffen wir es. Ach, Mann. Komm, letzter Versuch. So. Mann. Ich will es endlich mal schaffen. Ich habe es doch vorhin... Wie habe ich es vorhin geschafft? Obwohl, Moment. Warum? Ich bin so dumm, wie möglich. Moment. Ja, komm mal her. Und dann... Gehen wir so. Aha. Geht doch. Ah, toll. Wie komme ich jetzt hoch? Ich komme jetzt nicht... Ich komme jetzt gar nicht mehr hoch. Okay, Moment. Und hoch. Aha. Okay. Sag mir, ich ist... Ah, Spiel. Ich weiß, ich komme eigentlich irgendwie anders hoch, aber... Wow. Gerade ging es doch. Moment. Bis ich schaffe. Ich will es schaffen. Okay. Los, los. Ich habe dich nicht mal gerufen, aber gut. Hm. Ich habe es gerade geschafft, aber dann... Nee, nee. Dann denkt das Spiel... Nee, er hat es geschafft. Dann versuch es nochmal 20.000 Mal. Ich will da hoch. Komm. Machen wir jetzt Bottelflip mit so einem Kissen oder was? Komm. Dankeschön. Hallo. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen langweilig. Könnte auch vorspulen oder bis zum nächsten Part warten. Denn ich will es jetzt schaffen. Spiel will mich verarschen. Gut, dann nehme ich die Bank. Komm her, Bank. Komm. Die Bank habe ich lieber. Ich war schon die ganze Zeit im Sicherheitsstation. Nur zum Punkt. Moment, ich kann die... Ding stapeln. Hä? Ich kann die Ding stapeln die ganze Zeit. Moment. Kann ich so hoch... Ach, das funktioniert. Mit dem Tisch fun... Also mit dem Bank funktioniert es, aber... Mit so einem kleinen Sessel, ne? Vielleicht ist es natürlich aber gut. Bewege mich. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Okay, dann suche ich irgendwas. Irgendwas leuchtet. Die Kiste. Die Kiste. Die Kiste ist die Lösung. Wenn nicht, dann... Weiß ich auch nicht weiter. Gut. Dorthin. Ah. Dass wir so eine Kiste hochschmeißen können, das ist wirklich beeindruckend. Komm. 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 Die Bank hat es mit einem ersten Versuch geschafft, aber dann ist sie wieder runtergefallen. Mann. Fast hätte ich es. Also, ich sag nur eins. Ein paar... Ihr dürft mich nie... Nie beim Bottle Flip sehen. Ich schaff's nie. Wirklich nie. Ich dachte, schon stecken blieben. Ich weiß, die Zeit ist abgelaufen. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Bewege mich. Schön, dass du dich bewegst. Jetzt will ich es endlich mal schaffen. Okay. Ach, Mann. Moment. Die Kiste. Die Bank. Moment. Die Bank. Moment. Die Bank. Ich hab mir einen Plan. Weg mit dir, Stuhl. Okay. Wir haben erstmal einen. Okay. Dann nehmen wir die Kiste. Und... Legen es... Ne, ich brauch noch mehr sogar. Komm. Ey, toll. Dankeschön, dass du auf meinen Kopf gelandet bist. Nimm diese Bank. Und benutzen es sozusagen als... ...leiter. Okay. Komm. Dort. Ach, verdammt. Ist es umgefallen. Oh, Mann. Gut. Noch eine Bank. Schnell aber. Nein. Jetzt ist sie auch rumgefallen. Vic Boss ist traurig. Okay, jetzt nochmal. Aber ganz vorsichtig. Los. Los. Okay. Ähm. Ich hoffe, der ist nicht umgedreht. Ah. Wow. Kann ich das dann so... ...runterschmeißen? Ach komm. Da ist es jetzt nochmal. Los. Ich hab's vorne aber irgendwie geschafft. Mann. Fünf Minuten häng ich... ...da schon. Bewege mich. Schön. Ich bewege mich auch gleich ins Tod. Ja, Mann. Ich hab's geschafft. Ja. Jetzt muss ich da irgendwie noch hoch. Ohne es... ...so einen Fall zu bringen. Ist halt immer da hoch. Krang. Hoch. Hoch. Mann. Ey. Langsam nervst du mich mit deinem Spruch. Gut. Hoch. Verdammt. Komme ich jetzt überhaupt noch hoch? Ja. Gut. Geh mir so hoch. Komm. Kann ich da hoch? Ah. Ich konnte da gerade klettern. Ein teurer Glitch. Ähm. Ach da ist die Bank. Hallo. Ich trinke gleich durch. Ja. Los. Dankeschön. Bin ich drauf? Okay. Drei. Zwei. Ha. 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 Hab's geschafft. Und ich sollte mal zur Sicherheit speichern. Gleich. Wenn ich unten bin. Einfach runter. Ich weiß doch eh, was die Gegner sind. Moment. Moment. So. Die Klo-Kanone. Wo bist du? Ach da kommst du. Äh. Ja. Genau. Geh dort hin. Sehr schlau. Oh verdammt. Da ist jemand da unten. Das hat mir mal lieber in Ruhe lassen. Nein. Boah. Ich dachte schon, der kommt hoch. Äh. Tragen. Ja. Das haben wir eigentlich schon gehört, ne? Ja. Ja. Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Okay. Also wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drinnen ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdruckswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Ähm. Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Geschmolzen. Rocht total ekelhaft. Mistlein. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Äh. Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht hätten Sie ja mehr Glück. Ähm. Wie sollen wir das regeln? Ich speichere die Barra vor und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich müssen wir nicht nochmal... ...bei sowas machen. Weg, 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 weg. Wir haben keine Munition, wir haben keine Munition. Weg, weg, weg. Wir sind nicht da. Verstecken uns lieber hier hinten. Zur Sicherheit. Moment. Hä. Okay Leute. Ich wollte sagen, wie es dann weitergeht. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Tschau Leute. Wie geht's dann? Danke. ino.